Ein Tag im Leben von Fauli Als erstes schlafe ich einfach und stehe dann morgens auf und bin erstmal komplett müde Dann gehe ich erstmal aus meinem Zimmer, gehe dann die Treppe runter, natürlich wie immer und dann sage ich Mama erstmal guten Morgen Keiner mag dich! Dann gucken wir erstmal mal ein bisschen Fernsehen Ja, und dann ist es halt so, dass ich erstmal mich anziehen und dann, ja, Zähneputzen Ich glaube, wie absolut jeder Mensch Ja, dann müssen wir zur Schule gehen Ja, und dann komme ich halt endlich wieder von der Schule und dann, ja Freunde, ich glaube ihr wisst dann schon, was ich mache Ich sage wieder erstmal meinen Eltern Hi Keiner mag dich! Ja Ja Dann suche ich natürlich, äh, ehrlich mal wieder ein Video für morgen raus Und dann, äh ja, habe ich halt endlich eins gefunden Dann esse ich erstmal Mittag Dann zocke ich noch ein bisschen und dann bin ich so sucht, dass es schon wieder Abend ist Dann esse ich nochmal was und dann geht's wieder ins Bett, Freunde Dann 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 Dann